Und da sind wir dann auch wieder in Dark Souls. Beim letzten Mal haben wir ein paar Sachen geguckt, gemacht, wollten tun und sind jetzt in den Neulondorien. Well, das ist eine Überraschung. Ich bekomme wenige Besucher, selten für Gäste. Du hast den Lord Vassel. Sehr beeindruckend. Ich weiß genau, was deine Intentionen sind. Siegeschlüsse. Okay. Das ist, glaube ich, der Seelwächter. Hallo da. Was ist es? Der Schlüssel zu der Seel ist jetzt in deinen Händen. Ich werde dir in irgendeinem Weise helfen. Ah, Fluch brechen lassen. Ach, okay. Wunderflüche. Fluchabwehr. Take all my souls. Hat er noch eine Geste? Schade. Take all of my souls, please. Ähm. Von unten. Okay. Lasst uns ein paar Geister schnitzeln. Kann ich Fluch? Ja. Ey. Das ist jetzt aber mehr als nur ungefähr. So, danke, LG. Zeit zu sterben. So. Wunderflüche haben wir jetzt erstmal. Da gehen wir gerade wieder raus. Ne, ne? Oh, man. Das ist doch echt lächerlich. Nein. Nein. Okay, dazu stimmt auch irgendwo was. Stimmt hinter mir. Ach, über mir. Oh, da wurde auf jeden Fall was fallen gelassen an der Wand. Zack, der Geisterklinger. Nein. Nein. So. Okay, jetzt. So, ob ich dich da unten nicht sehen würde. Egal. Seele Krieger. Okay, wir gehen aber nochmal zurück. Zurück. Längst vor der I4. Hier. Erstmal auf Spacken hier. Wollen wir da noch lang gehen können. Und hier bestimmt wieder reichlich. Achso. Oh. Habe ich nette hier sehen. So, wir brauchen eine Treppe. Ich höre hier einen Geist. Okay, da ist wieder so ein Nebel im Wasser. Aber wir können es die Schleusentore öffnen. Grüne Scherbe. Ich will hier ehrlich gesagt nicht zu lange beim Wasser bleiben. Ich hasse Wasser. Zumindest ein Video spielen. Ich gehe auch nicht gerne schwimmen. Warum? Ich hasse schwimmen. Das ist die Gefahr, zu hoch zu ertrinken. So, relativ ruhig hier. Aber es ist sehr atmosphärisch. Okay, hier ist wieder... Rebel. Rebbel. Rebbeler. Rebbeler. Siegelschlüssel benutzt. Okay. Oh, hier ist es denn ja schon, he? Hebel drücken. Vor allem. So. Wie der Jaiver guckt. Alter, Falter. Blululululul. Wahrscheinlich bleibt immer genauso viel übrig, dass ich bis zur Hüfte drinstehe und ich wieder den Opfer aus Sitten Eisenrein benutzen muss. Oh. Ihr seht schon, wo uns das abgelassen haben. Er ist meins Teil der Drachenkipp. Das kommt bestimmt gut. Vor allem, weil der jetzt einfach ein Drache steht. Soll ich ihn gegen den machen, hä? Sag mal, hör mal. Oh yeah. Einmal runter, please. Ich weiß, oben haben wir noch ein Item vergessen. Aber ich würde mich interessieren, was hier unten ist. Wahrscheinlich noch mehr Geister und Tod und Geister und... Alter, wie viele Leichen. Alter, zwei Drachen. Heilige. Da bin aber nicht nur ich gestürmt. Oh. Was bist denn du? Ey. Baxter? Das wird weh tun. Nein. Ey. So, dankeschön. Von denen kann man auch die Rüstung haben, das weiß ich. Das klingt nie so gut, wenn es irgendwas knirscht. Da waren drei blaue Drachen, ey. Ich will eigentlich gar nicht hier vorne lang gehen. Ich weiß nicht, zehn Typen auch als Geist? Ich hoffe nicht. Ich hoffe die zehn auch nicht als Skeletze, sodass sie wieder aufstehen. Ich will die einfach nur tot haben. So, hier könnte ich wieder abkürzen, nach unten. Ist da nicht einer? Ne, sieht nicht so aus. Oh Gott, Alter, wie viele Leichen hier sind. Na, wer kann schon erahnen, wen der vier Fürsten wir hier treffen werden? Na, wer kann's erahnen. Als ob. So, erstmal töten. So, was haben wir hier? Seele, stolzer Fieger. Du siehst mir nach einem Bossnebel aus. Ich würde mich aber vorher eigentlich ganz gerne nochmal umschauen. Bevor ich in einen Bossnebel reinlaufe. Vor allem habe ich nur noch zwei Flasks. Muss doch irgendwo noch ein Bonfire sein. Was haben die Drachen denn da vorne eigentlich? Ach, ist nur ein Leiche. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wie man wirklich jedes Item nur aus einer Leiche oder einer Kiste bekommt? Na, na, na? Anyone? Okay. Okay. Kann hier oben hoch. Okay. Ist hier oben vielleicht ein Bonfire? Wenn ich hier oben rumstratze, sollte ich eventuell wieder einen Wanderfluch einwerfen. Heißlos Gefühl. Und Geist von hinten. Nein? Ich bin enttäuscht. Und empört zugleich. Wie kann es das Spiel wagen, mir kein Geist an den Arsch zu werfen? So, Bonfire, 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 Bonfire. Hashtag nie Bonfire und so. So, jetzt können wir aber mal noch da hinten laufen. Wenn wir schon hier sind. Natürlich ist es da nicht abgelassen worden. Ne, ne. Das wäre zu einfach. Okay, ich möchte hier eigentlich keinem Geist begegnen. Oh, eine Menschlichkeit. Die ist so rar mittlerweile. Die Leiche war doch da oben drauf, ne? Die Frage ist, wie würde ich dann da wieder runterkommen? Ist da ein Eingang? Ich könnte mich einfach da unten fallen lassen. Ah, ne. Hier ist... Irgendetwas rein. Okay. Ah, da auch. Seltener Ring der Opferung. Okay. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Muss ich ja zugeben. War ne blöde Idee von mir. Dass ich da nicht reingucken kann. Ordentlich. Ah, verstehe. Ist ja so ne Art von Trap. Achso, jetzt können wir aber... Können wir hier... Links lang gehen. Also ich brauch dringend ein Bonfire, ey. Ich hab noch zwei Flasks und schon ein Viertel meines Lebens weg. Also, das war fast die Hälfte. So, jetzt sind wir wieder hier auf der Seite. Aber wie kommen wir denn nach da unten? Also, hier haben wir jetzt das. Ja. Schön. Da ist das Tor. Können wir von da ganz unten vielleicht... Wo wir eben herkamen, doch noch da? Warum hört es sich so an, als ob hier je im Moment irgendwas auf mich runter kracht? Wahrscheinlich kracht ja hier einfach irgendwas auf mich runter und ich bin tot oder so. Wer weiß. Aber wir haben definitiv noch nicht alles gesehen gehabt von dem Gebiet. Wie komm ich jetzt wieder weg? Moment, ich muss eigentlich nur wieder... ...meine Schritte rückwärts gehen. So. Ach, guck mal. Da geht's dann ganz runter. Wieso hab ich das immer sehen? Ah, ne. Hä? Ging hier nicht eben gerade noch eine Treppe nach da. Okay. Ich lass es lieber bevor ich mich jetzt noch ganz lächerlich mache. Ich höre hier überall geistert. Uiuiui. Lieber nicht zu weit laufen. Da unten will ich hin. Hm. Okay, wir können ja nur noch da vorne runter. Da vorne war ja ne Leiter. Ah, Leiter. Drrrr. Uiuiui. Zack. Voll laut. Klong, klong, klong. Okay, da ist nix. So. Haben wir hier was? Da drüben geht's noch lang. Oder auch nicht. Also es geht schon da lang, aber nicht für uns. Von da kam ich glaube ich her, oder? Ich weh sein, halt. Vielleicht ist es wahrscheinlich hinter dem Nebel auch kein Boss, sondern einfach nur das Bonfire oder so. Ich mach mir hart für dich umsonst in die Hosen. Da sieht's so, als ob da ein Bonfire drin sein könnte. Hm. Ich versuche nach einem Bonfire. Wahrscheinlich. Wenn ich da runter springe, bin ich wahrscheinlich so oder so tot. Okay. Still alive. Ich will aber ein Gegner. Hör auf damit. Die Rhythmus-Zeug also her. So. Ja, das war... Nicht ganz so nett. Muss man schon mal sagen. So, jetzt gehen wir mal... Zwei graue Brocken. Wow. Der Blitzverhänder wird noch op-air. Okay, die Sache ist jetzt einfach... Ich hab nix mehr. Nix mehr zum Heilen. Boah, ist ne rote... Aber jetzt will ich mit dem scheißen. Könnt ich eigentlich gedenknos verfüttern. Ah, na klasse. So. Ich wünschte, ich hab mir ein paar Geister übrig gelassen, um meine HP darin aufzufüllen. Oder zu verringern, je nachdem. Okay, sind wir jetzt auf der anderen Seite davon. Läuft bei uns. Erstmal hier lang gehen. Mir gefällt es nicht, dass hier Wasser ist. Würde man da wieder rauskommen? Nicht auf dieser Seite. Aber hier vorne, da hab ich eben die Treppe gesehen. Ja. Erstmal... Erstmal gucken. Okay, von da kann nicht wirklich was kommen. Weil da... Todeswasser ist. Sehne, stolzer Krieger. So, das heißt aber nicht, dass ich da ins Todeswasser möchte. Hier ist... Nichts. Kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwo einen Bonfire hinzustellen, oder? Da ist wieder der Bossraum. Moment. Wieder oder ein anderer? Okay, lauf einfach. Nee, wieder. Na, fuck. Okay, das war jetzt doof. Alter, da kommen drei Stück von denen, ey. Jetzt einfach... Warum ist meine Massenbitt? Einfach kein Bonfire, ey. Hätte ich den Ring doch mal angelassen. Okay, macht nix. Macht nix. Ich hab gesagt, es macht nix. Sekunde. Wie viel gibst du? Fünf tausend. Ja, okay. Bist du hier wach? Natürlich nicht, ich hör dich doch schon schnarchen. Nein, 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 ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut und großartig. Snake. Snake? 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 Ja, äh, ging schon verkaufen. Warum kann ich die nicht verkaufen? Warum kann ich die nicht verkaufen? Ähm... Schönen... Funkel-Titten-Lied. Okay, und dich einmal. Einfach weil ich's kann. Und den Rest... Können wir so lassen. Kann man so durchgehen lassen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal und das ohne Schaden. Ha, ha, ha. Der war gut. So. Hallo, du Güterin. Die nicht spricht. Warum auch immer? Ich sollte jetzt aber vielleicht erstmal hier... Weg, weg, weg. So, dankeschön. Och, nun. Vielleicht nehmen wir da nochmal den Fahrstuhl. Am Anfang. So, wenn wir uns dann da fallen, wir müssen... Wir kommen eigentlich nicht so sehr in Kontakt mit Geistern jetzt. Ach, wenn die nur nicht respawnen würden. Oh, 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 yeah. Fürchten mich, ich bin Ohrenstein. Nur ohne seine Waffe, weil ich keine plus 10 Sperrwaffe habe. So. So. Und dann nicht hier lang. Hallo. Hallo, ihr Höhlenknechte. Ich wollte sagen, kommt der Typ schon wieder. Aber zum Glück nicht. So, da ich weiß, dass die Geister respawnen... Es gibt auch irgendwie keine Abkürzung, ne? Ich weiß, dass die respawnen... ...nutze ich einfach... ...hier den Wanderfluch. 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 Owl. Hey, das war eben realistisch. Huch,öhm,öhm,öhm. ...neschlechter mehrmals zu. Zweimal. Naja, zweimal ist mehrmals, ne... Geht mal weg. Ruinen von Neulando... kann ich die geister vielleicht damit treffen versuch ist es wert jetzt sterben kann ich nicht ups das ist der jetzt auch deswegen kann ich dich damit vielleicht gut backstem ok dann halt nicht jetzt mal die haktfresse von hier gesehen wenn ja ich habe ja hier ein ding so geilen kompositbogen und ein paar feiler sieht man den weil wir springen davon runter das heißt der wüsste ja eigentlich da vorne rumgammeln natürlich sieht man den von hier aus nicht so wanderfluch wahrscheinlich heißt im englischen wundern kürz oder so weit die wäser nicht ich hab's nicht auf englisch und bin ich so der fan davon wenn man also solche spiele hier wie dark souls auf englisch zu spielen das ist hier für monster hunter das ist hier für dann bin ich nicht so wirklich der fan von warum weil ich davon immer die hälfte falsch interpretiere passiert mir bei monster hunter schon oft genug oder passiert mir oft genug mittlerweile kenne ich ja so alle tricks wenn so mobile leide liegt wo ist denn die sarg fressen kann ich vielleicht den anderen hier her ködern ok ich muss mich eigentlich nur dem hier schnell entledigen alter sollte ernsthaft zwei meiner schläge unterbrochen also komm schon du und dein schwules schild geil aua so wo ist das viel okay da was bist du zur hölle ok oh bitte nicht essen ich stehe gerade ist voll unbequem oh was tut der da ich stehe gerade damit ich da besser sehe aber macht keinen unterschied ok aha evasion time perfekt könntest du noch mal kotzen naja danke lg joa das könntest du auch ruhig noch mal machen so auf dass du nie wieder respawn wirst alter 5000 seelen what the fuck oh hi lass mich ran von rechts auch einen schlechte körper so okay machen wir es so na komm stecht nochmal zu oder mach das das war cooler move alter kann der mal bitte aufhören immer so abzugehen nein so diese scheiß viecher ey gehen auf den strich auf den strich gehen sie für mich da ist das da ist drin erstmal die einrichtung zerschlagen da ist so ein knecht drin komm mal raus da kann ich den vielleicht schade wäre ja auch zu witzig gewesen ein netter versuch ok hehehehe plopp ja brenne du schwein so ich hatte doch viel mehr gesehen fahrstuhl fahrstuhl oh menschlichkeit sehr gut aber hier hin zu gehen hätte einem doch nur den untergang ok darksort komm ich denn aufs verrecken da hoch ok egal gehen wir an unseren tod wow das ist ja fair einfach gegner instant hinter einem nebel setzen ey ach guck mal sind wir hier ok äh jo nehm ich aber wo soll ich dann weitergehen boah ich hasse diese typen ey können die bitte alle sterben ne egal ob die schon tot sind muss er nochmal sterben oh oh heija ok ich will mich ehrlich gesagt nicht an die drachen ran trauen die machen noch bestimmt Dauer im Kopf aber wenn da hinten der nebel weggegangen ist und ich von hier komme dann quasi scheiße ich muss da hinten weiter gehen würde ich mal schwer vermuten aber wo ja muss ja dann da sein ne aber ich hätte doch auch einfach oh hi war der letzte mal auch hier ok ok das ist mies danke für die abspackmoves aber hab ich eher weniger Lust drauf da muss ja irgendwo hier dann vielleicht ja davor ah ne natürlich kann ich da nicht hochspielen hä? weil ich nix verstehen deutsch das gebäude da rein oh gott nein ich hab doch keinen wanderfluch aktiv was will denn dann noch seh nix ach du scheiße ok einmal oder vier leck mich leute ich geh jetzt nach hause na natürlich folgen die mir immer noch einer wär ja kein problem aber warum nicht zwei oh gott sage ich ich wiederhole mich drei ja genau könntet ihr bitte gepflegt kacken geben das tat weh das tat weh würdet ihr bitte wieder aggro verlieren ja das war mein untergang hm 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 leuten leuten dann wenden wir hier mal den part er hat das angepisst oder gestorben ist nein natürlich es ist gleich demotiviert wenn man nur unterbrochen stirbt aber mir macht Spaß, also Darksred ist ein schönes Spiel, schön schwer genau nach meinem Geschmack ich mag schwere Spiele so, dann hoffe ich, dass ihr euch gefallen, falls ihr Kommentar und Kritik mir wünscht, wir sehen uns dann im nächsten Part vielleicht auch noch mit ein bisschen weniger Ton und mit ein bisschen mehr Ahnung, bis dahin euer Source Deck 3, 506, ciao